und herzlich willkommen zurück in der weiteren folge von gucken wo monster sind nein die london also er hat bekommen wir finden jetzt so wieder mächtig für munition und zwar auch wieder für die große waffe 188 haben wir jetzt schon ich glaube ich sollte sie vielleicht doch ausrüsten weil von der strot haben wir nicht mehr so viel aber jetzt kann man noch 13 über ich glaube ich packe die mal weg und nehme tatsächlich lieber meine große ich glaube das macht mehr sinn ja ich wünschte wir würden irgendwann mal die pistole finden da würde ich mit nämlich den revolver gegen die pistole tauschen aber ja normale pistole und stromgewehr jetzt werden wir persönlich am liebsten aber ja revolver war war da auf kommst du denn ja ich hab doch die richtung geschaut wie könnte sich da verstecken oder so da kommt gerade schon wieder gespawnt leute nein nicht gehauen nicht getroffen ich hab's gesoffen ich mein wenigstens krieg ich einen erblutungsschaden mehr aber diese fehlen das damit ja schon echt bedrückend was warum bist du so schnell dass ich meine ruhe junge so jetzt kommt mal her nein auch nö es soll jetzt halt ich krieg kein stamina nicht mehr hin wir müssten so viel ablegen digga wie ja ist ja gut jetzt wieso trefft ihr nicht mehr noch wichtiger so ist ja zombie geht doch dann halt so wenn du rage modus möchtest kannst du rage modus haben das sagte usama bin laden was ich meine wir können in diesen kisten auch munition finden ne von daher wäre es doch gar nicht so klug die dinge jetzt einfach alle stehen zu lassen gut oder eine große hungertraktion äh ach komm ganz eilig weg damit nicht was Oh, das ist ein Geigenlang. Amory! Oh, ein bisschen Salami. Oh, Amory. Und jetzt kommt das genau eine Packung zum Nachladen drin. Oh. Hätte ich ja beinahe übersehen. Ich schätze mal, da muss man später raus durch die Tür. Oh, er hat gespeichert. Das bedeutet in der Regel nichts Gutes. Ey. Ja, ne. Das ist nämlich genau das, wo er einem zwingt, Sachen zu machen, die man nicht machen soll. Fürs gute Ending. Oh, jetzt ist er auch noch eine Tür. Gut, das macht sich doch jetzt nicht leichter. Geht's hier rein? Ja. Natürlich geht's hier rein. Geht's beim anderen Tür auch rein? Auf der anderen Seite würde ich natürlich schon gerne die Munition da hinten haben. Ich meine, die Waffe haben wir bereits. So, die bringt uns nichts. Aber die Frage ist, wo der ganz halt noch hingeht. Aber ich meine, da steht ja immerhin Armory dran, ne? Also. Das klingt ja schon wie etwas, dass, ähm... Oh, wer, wer... Da kommt wieder dieser Kopf raus. Äh, ich hau diesen Kopf. Okay. Was ist genau? Gar nichts. Ich kann's auch nicht öffnen. Sad. Gut. Aber ich sehe auch hier keinen... offensichtlichen Schleichgang. Ja. Achso. Ich wollte gerade nach vorne springen und gucken, ob ich da damit überlisten kann, aber... Das geht ja nicht, wenn man in der Anlust überladen ist. Gut, dann, ähm... Hoffe ich mal, dass wir da später noch reinkommen. Oh, einmal Wodka. Oh, unterbrechen. Oh, unterbrechen. Ja. Oh, ich mach's. Oh, ich mach's. Oh, ich mach's. Ah... Okay. ich gehe jetzt mal rechts um die kisten aufzuarbeiten okay da geht es auch lang na fuck it geht gar nicht mehr inventar voll Mensch das ist ja toll ganz ehrlich ich glaube mittlerweile sorry aber so schön wie das letzte mal ist versteht mich nicht falsch ich liebe das ding immer noch es aber es geht halt platzmäßig einfach nicht mehr und die axt ist halt einfach besser und schöner von daher ist jetzt doch der zeitpunkt gekommen wo wir uns langsam aber sicher mal davon verabschieden müssen was willst du machen was willst du machen das ist die frage ich packe euch mal nach oben das ganze große zeug nach oben da passt da sogar noch eins hin du kommst mal wieder nach da da geht es auch noch weiter ich schätze mal gehen wir erst noch nach hier i guess auch da geht es auch weiter warum geht es überall weiter scheiß kiste deine mutter gar nichts das ist eine verschwendung versteuert leider so also hier geht es auch weiter das ist sehr großes gras ich habe gerade sechs von drei schuss dafür gebraucht hauli mother fucker of gott das ist nicht aber wir haben auch ein neuer an die schruttflinte wo hättest du jetzt hier denn das ist ein hund ne ja was gott was kommt denn hier noch alles jetzt die frage geht es hier halt weiter weil ich dachte es hat nur ein kleines kaputt aber jetzt geht es hier immer weiter und weiter und weiter denn ich vielleicht doch erstmal den anderen weg probieren naja jetzt finden wir hier auch schon viel munition also so ist er nicht auch noch ein klepp ok ja hier ist ja doch irgendwo ich sollte das mal meckern dann versteht das spiel wie ich mich fühle so wir haben ein 5er ach guck mal 5er und 3 können wir kombinieren der ist noch ein 3er ne er ist ein 6er wo ist unser 3er dann kommst du noch da und schon dann wird ein 8er jawoll so und du bitte wieder auf deinem platz so dann geht jetzt doch wieder den weg zurück oh man ey das ist von da sind wir gekommen also wollt ihr hier noch weiter da geht es auch noch weiter da geht es sogar hoch gar nix ich mache keine secret ja gut da ist ein anzug aber so wie das nicht aussieht ist es bloß ein ganz normaler anzug ja das ist ein ganz ganz normaler anzug god damn it weg damit dass ich den überhaupt in meiner tasche hatte ich muss mich waschen gehen hieße apropos sachen die wir nicht mehr nutzen wir haben hier oben immer noch die ganzen steine immerhin 30 pfund ah komm können wir vielleicht immer mal gebrauchen wenn wir irgendwelche schalter aktivieren von der fern oder irgendwie sowas ich glaube da gibt es viele sachen die man über die ferne aktivieren kann oder einfach wenn wir wieder zombies ärgern wollen oh oh aber da war Munition ich habe Munition gesehen ich hoffe nur das ganze lohnt sich man kann die runter ah die kann man nicht man kann zwar hier rauf klettern aber man kann nicht runter dann geht es auch noch weiter alter wie verzweigt ist denn die ganze scheiße hier ach ja geht ja gar nicht ja das war ich vergesse immer wieder dass man das Ding nicht abschließen kann gut deswegen haben wir noch eine Axt weil ein Schlag können wir und ein Schlag reicht bei dem auch aus bam gefickt das war oh für die große oh da ist eine Tür oh da ist Salami äh Sandwich und so komisches Haken brauchen wir alles nicht die Sandwich sind gegenüber ich gerne obwohl wir wie gesagt überhaupt kein Nahrungsproblem mehr haben so hier ist jetzt eine Tür na super ich habe Angst und natürlich geht es hier weiter gut dann lassen wir es an der Stelle erstmal sein da gehe ich doch erstmal den anderen Weg dann scheint hier doch der Hauptweg zu sein oh wieder dieser andere Himmel hat er sich geändert oder habe ich es noch nicht gemerkt hmm gut hier ist immer gar nichts oh was war das gerade warum hmm hmm so so dann gehen wir mal den Weg da mal gucken wo der uns hinführt South Bridge Axis South das liegt aber auch wieder zu wo wir hinwollen kann das sein okay da geht gar nichts ja super und ich habe jetzt gerade das da gespeichert äh jetzt muss man wieder herzweig zurücklaufen noch mal ja so kann man vollkünftig in die Länge ziehen langweilig langweilig so das heißt so das heißt ja wir gehen in die Tür rein mehr Wege haben wir jetzt glaube nicht wobei ich jetzt gerade schießen ich soll gar nicht schießen welche gute Munition welche was wir haben nur noch eine Kugel über gut gut dann sollten wir doch eher wieder auf die Schropp wechseln da geht uns auch echt die Munition langsam aus wir müssen also definitiv mehr mit der Axt arbeiten so so naja oh ne wir müssen runter das liegt aber gar nicht nett das war ok ich dachte ich könnte mich drückwärts fallen lassen und dann ja ne geht nicht halt doch nach goddammit ach ich schieße hier gegen die Wand weil das Ding hier als Fläche ich schieße gar nicht nach unten sondern ich schieße hier auf das Ding rauf ach man warum ist das alles so blöd so 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 wir haben wieder sechs schuss und wir haben einen tail box nope wie wäre es mit noch ein clip ohne pistole mann ich will endlich eine pistole haben so da ist ein schalter gewehr senden rein oder gehen wir hier rein da ist noch ein anstück ok ach nee hier ist bloß ein schneller ausgang ok gut dann gehen wir doch noch da das wochen wechsel war nicht die rede warum schreit sie schon wieder ja sie laufen die denn lang hallo was Aua! You little son of a bitch! Wer hat denn hier diese Miracle Drug? Boah, die lädt tatsächlich alles mit einmal auf! Wow! Gut, ich meine, klar, ich meine, das Ding ist ja schon ordentlich und das Ding muss ja wesentlich stärker sein, sonst wäre es ja kein Miracle-Zeugs, ne? Aber trotzdem, wow! Das heißt, sollte es irgendwann mal zu einem richtigen Boss-Fight kommen, wenn wir uns das Ding hier auf jeden Fall auf die Quick-Leiste packen können, dann haben wir zweimal richtig Booster. Ich hoffe, das Ding macht auch... Wer ist das? Also Status-Buff-Ding, wenn ich jetzt vielleicht mit Blute oder Ähnliches oder vergiftet bin, dass auch das dann automatisch mitgeheilt wird. Äh, weil eben... Bedoos-Bleeding steht da. Lower Damage Cost by Radiation ist auch da. Ja eben, und mehr gibt es ja eigentlich gar nicht in dem Spiel, oder? Wer weiß. Auf jeden Fall, ja. Schon mal nicht schlecht. Wir wollten es aber tatsächlich uns heilen, und dafür nehmen wir tatsächlich einfach mal das Ding. Und weil es so schön war, einfach direkt nochmal. Und das Ganze für ein bisschen Kleber. Da geht's weiter, okay. Okay. Wenn hier keine Munition drin ist, dann ähm... Und schmutzig. Und das ist nicht die feine Art. Gut, ich würde euch mal sagen, nächste Folge geht's da hoch. Äh... 33, ja. Ich bin da so viele Folgen mittlerweile aufgenommen heute. Also... Gut, jetzt so viele nicht, jetzt... Cut mal 7 Folgen. Aber... Immerhin schon. Bis dann. Jaer... ...